das hat er hier noch was ist hier noch was ich raste aus wenn ich das jetzt nicht wieder finde mal liegt an hier ist doch sonst keine verschmutzung ich sehe keine mehr so wir schrauben hier schon mal auf so ein waschbecken ein standard waschbecken an damit und hier einschieben das ganze moped und einmal festziehen und erst die unterlegscheibe und dann drehen und der lexal und dann drehen panzer mit der hand macht das natürlich alles nur handfest kein haben keine dichtung zwischen ok ok eine dichtung ist schon zwischen aber nicht so eine dichtung wie man hätte fest drehen 9600 likes dankeschön ihr lieben so an den rand schieben fertig ne badezimmerheizung noch muss ich irgendwas aufdrehen hier beide zimmerheizung machen war kurven 1100 haben wir schon sehr gut stöpsel drauf stöpsel drauf das ist echt schon ordentlicher auftrag hier auf jeden fall haben wir alle zimmer passt müssen wir nicht streichen auch schön wenn man nicht jeden raum streichen muss würde ich ausflippen so machen wir hier auch mal zu hier ist ja der flur auf die machen wir nach dahin auf so und nur müll aufräumen und putzen das kriegen wollen ja ok es sind hier flur und so das ging jetzt geht jetzt alles relativ zügig ne was halt lange jetzt dauern wird ist das hier drin denke ich mal das wird eine ganze weile dauern allein was die kacke laken angeht so so boden ist sauber ne müsste noch an der decke was gemacht werden so könnt ihr das glauben ich habe keine wunderbar riegel mehr das kann die wunder unsere wunderbar riegel kam immer noch nicht an dann morgen werden sie wohl kommen die wurden wohl heute losgeschickt und müssten morgen kommen aber hier müsste dreck sein eigentlich hier da ist dreck okay ja das hast du morgen wieder morgen geht es runde aber was ich ja gesehen habe bei edeka bin ich mal gespannt werde ich auf jeden fall gleich mal vorbeischauen dann nächste woche diese woche diese woche genau diese woche auf jeden fall vorbeischauen guck mal der flur er hat nichts er zeigt mir nichts mehr an und trotzdem sagte er ist noch verschmutzt hier das hatte mir gerade nicht angezeigt die verschmutzung und noch mal lang hier noch hier und noch mal lang da ist nichts hier so ja perfekt machen wir hier weiter la 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 so müll ist noch nicht aufgeräumt wo ist hier noch müll jetzt haben wir es so machen wir erstmal hier du hast den roten wischmopp ja man kriegt er denn irgendwann besser gucken eigentlich müssen wir auch jetzt gleich auch mal bald vier neue punkte hier kriegen also ich erwarte schon dass wir wenigstens zwei mal irgendwie was upgraden können hier mit diesem riesenhaus da oben noch hier noch okay alles sauber sehr gut ich mache mal zuerst die heizung dann dann können wir das bett mal an die wand schieben eine normale ja genau auch schon vieles verbessert ja macht schon sinn also man merkt auf jeden fall wenn man was verbessert hat wäre natürlich schlecht wenn nicht es geht auf jeden fall alles deutlich schneller dann also wenn ich mir bedenke so das haus hier zu renovieren aber im ersten level das wäre schon zu krass glaube ich so einmal gerade drehen und hin damit so jetzt putzen mal die fenster hier auch streichen hier alles klar super ist sonst müsstest dürfte es ja gar nicht spielen so fertig machen wir auch mal eins auf und denn hier das nächste fenster putzen er ist jetzt auch grün der war vorher doch glaube ich auch eine andere farbe bin ich dann war auch ruhig mal ich drücke immer auf escape so der raum ist fertig der war auch fertig jawohl machen wir hier vorne weiter ja das flaschen ja nur richtige weinkenner hier unterwegs und vor allem sieht mir das eher aus wie so ein kinderzimmer was macht denn da weinen so warte kurz kratzen hier so aber den besen schwingen und das ist die maler rolle fußboden gefällt mir obwohl es wäre mir ein tuck zu hell der fußboden wäre mir persönlichen tuck zu hell man sonst schlecht und das haus an sich gefällt mir eigentlich auch ganz gut muss ich sagen ja doch wir gucken uns mal das wohnzimmer an das ist schlafzimmer kinderzimmer gaming raum so den oh nein das wollte ich nicht den stellen wir natürlich wieder hin so montiere das gerät heizung kurven zack montieren ist auch schön die haben mir gesoffen ohne heizung oder wird endlich nebenbei ein bisschen was trinken schön aber den raum auch geht doch eigentlich zügig dachte ist mir jetzt auch zum streichen ach hier ist ja noch ein badezimmer müll haben wir weg so alles müssen was ist das kacke dass sie so rum fliegt ekelhaft also es gibt leider menschen das ist ja eine krankheit also messi ist ja eine kranke gibt wirklich menschen die leben so ja man sieht sie oft im fernsehen ne also klar es ist eklig aber die menschen tun mir halt auch leid ne man rutscht da manchmal so rein in so in so einer sache da kommst du halt auch echt schwer wieder raus und vor allem nicht alleine alleine kommst du auf gar keinen fall raus so fenster reinigen wenn es öffnen natürlich bei der butze musste fenster öffnen so was war noch waschmaschine und eine heizung machen wir erstmal die heizung ich weiß gar nicht ob ich alles gerade mitlesen kann weil andauernd etwas durchrutscht wenn irgendwer was schreibt kann ich das gar nicht sehen so aufdrehen und fenster auflassen natürlich und eine waschmaschine möchten sie auch noch haben wo soll die nennen hierhin 40 mal aber sind hier irgendwo einschlüsse vorhanden ja da warte mal aufdrehen natürlich jetzt schon wieder fast vergessen beim er wie beim ersten mal ich kann mich noch genau daran erinnern das war ja furchtbar ich wusste nicht was hier abgeht so montieren ach ja es musste wieder verstehe ich auch nicht kann ich nicht einfach die raus drehen warte mal wir gucken mal also man kann es natürlich nicht er will dass wir das machen drehe ich die jetzt aber alle raus hier und nehme diese klappe ab dann dreht er die einfach nur raus es ist keine mutter von drinnen verstehe ich nicht das hätte man ein bisschen anders lösen können so und so auch wieder fest drehen und auch wieder fest drehen klauch dran auch hier einmal und abfluss zack reingeschoben fertig ist die laube super haben wir das auch ach hier hinten ist noch ein zimmer jetzt auch überall weine überall steht hier wein rum wir werden auf jeden fall wenn ich hier aufhöre die aufnahme beende werde ich auf dann werde ich auf jeden fall noch was schneiden heute noch ein let's play schneiden du siehst alle verunreinungen auf der minimap ach hier steht du siehst alle wie du vorhin meintest man sieht irgendwann erst alle ok ultra hyper mob aufräumen 50 prozent machen wir ultra hyper mob der ist bestimmt das bestimmt der rote war aha cool jetzt habe ich auch den roten ok es geht deutlich schneller vielleicht ein bisschen zu schnell finde ich da könnte man noch eine zwischenstufe einbauen meiner meinung nach cool sagt die danni öffnen ja also für die die hier vielleicht kommentiert haben bei irgendeinem flipper tut mir leid ich kann ja jetzt gerade nicht darauf eingehen weil aktuell wo ich das hier aufnehme habe ich noch keine folge hochgeladen es ist relativ früh aufgenommen diesmal alles und darum ich denke mal doch ja genau ich nehme auf wir haben jetzt gerade den 13 12 und ich glaube am 15 oder sogar ich glaube morgen sogar am 14 müsste die folge kommen ok ok gut hier sind wir auch fertig da kommt das bett stellen wir ruhig nochmal richtig hin so gibt zwar keine extra knete so hier sind wir auch fertig und dann hier ist auch dann fehlt doch eigentlich nur noch der hier oder äh was ja was heißt nur das reicht ja auch hin hier wohnzimmer mit küche ok wir machen erstmal den hinteren hier so 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 soll hier auch was gestrichen werden hallo anscheinend nicht das sollte nur das schwarze zimmer gestrichen werden alter schon wieder was zum süppeln zack 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 alter ok hier war wohl Hotspot die Ecke das wäre so ein perfekter Gaming Raum ne hier Wohnzimmer und hier so ein perfekter Gaming Raum alter das wäre ein Träumchen so Wischmopp da muss ich mir den mal angucken da träume ich wieder schon ein bisschen so das geht schon alles viel viel zügiger räume den Müll auf ach hier ist noch Müll Fenster reinigen geht das so verstärmen natürlich gerade hin zack ja komm machen wir erstmal ne Heizung ran oh das ist aber eng hier da mitten gucken wo das geht ich krieg es hin aufdrehen fertig Fenster putzen ich habe auch einen anderen Fensterputzer jetzt jawollo der ist blau und sieht vorne auch stylischer aus das ist das ist w mir ist wir